Hallo Herr Ludwig, ich komme mit einer guten und mit einer schlechten Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass diese beiden Geschwülste an ihrem oberen Nackenbereich leider bösartige Tumore sind. Sie haben wahrscheinlich nur noch zwei Monate zu leben. Die gute Nachricht jedoch ist, dass danach niemand behaupten kann, dass sie es nicht faustig hinter den Ohren gehabt hätten. Twist! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. tail ge